Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus? Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Brullett und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Bullett und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird für eine Wahl gestellt. Es gibt drei Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Okay. Was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. Wo ist dieser Bullett jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Nur Gomes Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Wer ist Gomes? Gomes ist der oberste Erzbaron. Der Boss des alten Lagers. Der mächtigste Mann in der Kolonie. Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sicherer Ort von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu geben. Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Torus heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. Danke für die Hilfe.